Organisiere deinen Vertrieb und Sales-Prozess ganz einfach mit dem Monday Sales CRM. Wie du das CRM einfach für dein Unternehmen aufsetzen, konfigurieren und nutzen kannst, erkläre ich dir ausführlich in diesem Tutorial. Als erstes schauen wir uns an, was Monday überhaupt ist und wie wir das Sales CRM aktivieren. Dann richten wir gemeinsam einen Account ein und ich zeige dir, wie wir die Oberfläche grundsätzlich bedienen. Der Fokus des Tutorials liegt dann auf den praktischen Board-Vorlagen, mit denen wir Deals, Leads, Kontakte, Konten und vieles mehr verwalten können. Anschließend zeige ich dir, wie du diese verwenden und auf deine Wünsche anpassen kannst. Abschließend werfen wir noch einen Blick auf weitere Vorlagen, Dashboards, Aktivitäten, die App und die Einstellungen. Über die Timeline kannst du auch zu einem bestimmten Punkt springen oder das Video in Ruhe als Artikel auf simontutorial.de slash monday-sales-crm nachlesen. Für mehr Tutorials zu Monday und anderen Aufgabenmanagement-Tools kannst du meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Grundsätzlich ist monday.com eines der beliebtesten Aufgabenmanagement-Tools weltweit. Die unglaublich große individuelle Anpassbarkeit an eigene Bedürfnisse sticht bei Monday besonders hervor. Monday Sales CRM ist eine zugeschnittene Version des Monday Aufgabenmanagement-Tools auf den Sales-Prozess und Vertrieb. Dabei wird sich auf das Verwalten von Kunden, Angeboten, Leads und Aktivitäten rund um den Vertrieb fokussiert. Das Sales CRM enthält vorgefertigte Boards, die alle grundlegend benötigten Funktionen enthalten und zusätzlich individuell angepasst werden können. Es existieren zusätzlich praktische Verknüpfungen zwischen den Boards untereinander, sodass wir viele Daten nicht doppelt pflegen müssen. Schauen wir uns als nächstes die Tarife und die Kosten für das CRM an. Um Monday Sales CRM verwenden zu können, benötigen wir normales Monday Work Management Abo. Der kleinste Tarif ist sogar komplett kostenlos und kann zu zweit genutzt werden, enthält dafür aber nur einen beschränkten Funktionsumfang. Für mehr Funktionen gibt es insgesamt drei unterschiedliche Tarife, die pro Nutzer und Monat abgerechnet werden. Wenn du mehr über das normale Abo erfahren willst, empfehle ich dir mein Tutorial zum normalen Monday Aufgabenmanagement-Tool. Egal welches Abo du besitzt, kannst du das Sales CRM dazu buchen. Du kannst das Monday Sales CRM Modul 14 Tage unverbindlich und kostenlos testen. Der anschließend anfallende Aufpreis richtet sich dann nach deinem normalen Monday Abo. Du legst die Anzahl der Nutzer für das Sales CRM selbst fest. Falls beispielsweise nicht jeder aus deinem Team Zugriff auf das Sales CRM benötigt, kannst du so Kosten sparen. Über die Einstellungen kannst du als Administrator sehen, wie viele Nutzer aktuell welches Abo besitzen und welche Kosten für dich dadurch anfallen. Alle Abos sind zusätzlich 18% günstiger, auch als Jahresabo verfügbar. Das Monday Sales CRM enthält im Vergleich zum normalen Monday Workmanagement viele vorangestellte Boards mit praktischen Verknüpfungen untereinander, die alle grundlegenden Komponenten des Sales Prozesses beinhalten und abbilden können. Das schränkt dich aber nicht ein, da du hier auch weiterhin die Möglichkeit hast, Boards von Grund auf selbst zu erstellen und vorgefertigte Boards anzupassen. Sie sind einfach nur eine zusätzliche Hilfe, die dir das Erstellen der grundlegenden Boards abnimmt. Um loslegen zu können, müssen wir uns einen kostenlosen Workspace bei Monday einrichten. Dazu kannst du einfach auf den ersten Link in der Beschreibung klicken. Nun können wir uns mit unserer E-Mail-Adresse oder unserem Google-Account registrieren. Im nächsten Schritt müssen wir unseren Namen, ein Passwort und den Kontonamen festlegen. Aus dem Kontonamen wird dann auch die URL unseres Workspaces generiert. Haben wir den AGB zugestimmt, werden wir noch kurz gefragt, wofür wir Monday nutzen möchten und können weitere Personen zu unserem Account hinzufügen. Wir können Sie entweder per E-Mail einladen und dabei direkt Ihre Zugriffsberechtigungen konfigurieren oder Ihnen den Einladungslink auf einem anderen Weg senden. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, allen Personen die Anmeldung zu unserem Workspace zu erlauben, die eine E-Mail-Adresse von einer bestimmten Domain besitzen. In der Regel ist das die Domain unserer Organisation. Wir können aber natürlich auch nachträglich noch weitere Mitglieder zu unserem Workspace hinzufügen. Um richtig loslegen zu können, müssen wir jetzt nur noch unsere E-Mail-Adresse bestätigen und ein Board und zwei Aufgaben anlegen. Loggen wir uns dann über unsere individuelle Domain in unserer Monday Workspace ein, können wir unsere normalen Aufgaben verwalten. Um jetzt das Sales CRM zu aktivieren, müssen wir einfach am unteren linken Rand auf unser Profilbild klicken und können so unsere Monday Produkte verwalten. Klicken wir hier auf Entdecke mehr Produkte, sehen wir unter anderem das Monday Sales CRM-Modul sowie weitere Module für Marketer, Developer und Project Manager. Wir sehen auch, dass das normale Workmanagement-Modul bereits aktiviert ist. Falls dich das normale Workmanagement-Modul oder die anderen Module von Monday auch interessieren, kannst du gerne in meinen Monday-Kurs vorbeischauen. Dort findest du ausführliche Tutorials zu allen Modulen. Wenn wir über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können wir jetzt zum Sales CRM wechseln. Ich erkläre dir alles anhand eines Admin-Accounts mit allen Berechtigungen. Je nach deiner Nutzerrolle kann es deswegen sein, dass manche Funktionen für dich nicht sichtbar sind. Spreche am besten direkt mit deinem Teamleiter, falls du auf etwas Wichtiges keinen Zugriff haben solltest. Der Sales CRM-Bereich ist grundsätzlich genau so aufgebaut wie dein normaler Monday-Arbeitsbereich. Am linken Rand sehen wir direkt alle Standardboards. Auf diese gehen wir in den nächsten Kapiteln dann genauer ein. Wir können aber auch einfach weitere leere Boards oder Boards aus Vorlagen hinzufügen. Zusätzlich können wir auch Ordner für unsere Boards erstellen und damit die Übersichtlichkeit verbessern. Ganz oben können wir auch den aktuellen Arbeitsbereich bearbeiten und weitere Arbeitsbereiche erstellen. Diese sind standardmäßig leer. Über die Vorlagen können wir dann aber die Standardboards einem neuen Arbeitsbereich hinzufügen. Den Sales CRM-Arbeitsbereich können wir am oberen Rand auch umbenennen, sowie in den Einstellungen des Arbeitsbereichs alle Boards und Mitglieder und deren Zugriffsberechtigungen verwalten. Auch ein Symbol und eine Farbe können wir für den Arbeitsbereich einstellen. Am ganz linken Rand können wir unsere Benachrichtigungen und uns betreffende Änderungen sehen. Unter Meine Arbeit werden uns alle Elemente angezeigt, die uns direkt zugeordnet sind. Dadurch entsteht automatisch eine To-Do-Liste, die wir wiederum teilweise auch individualisieren können. Du kannst dir beispielsweise nur bestimmte Boards oder nur Elemente mit einem bestimmten Status anzeigen lassen. Außerdem können wir eine Ansicht wählen, in der nur unsere favorisierten Boards angezeigt werden, Erweiterungen und ganz unten unser Monday-Profil verwalten, sowie zu unseren anderen Monday-Modulen wechseln. Das Menü ist dabei in allen Modulen genauso wie hier aufgebaut. Schauen wir uns jetzt das Herzstück vom Monday-Sales-CRM an, nämlich die Standardboards zu Deals, Kontakte, Konten und Leads. Im Deals-Board können wir alle unsere Angebote für Kontakte und Konten verwalten. Die Deals können wir hier in unterschiedliche Gruppengliedern und so beispielsweise aktuell laufende und abgeschlossene Deals trennen. Ganz oben können wir dann einen neuen Deal erstellen. Wir müssen einen Namen für diesen festlegen und können diesen dann der verantwortlichen Person in unserem Team zuweisen. Unter Konten können wir die Firma der Person angeben, an die sich der Deal richtet. Diese können wir ebenfalls unter Kontakte hinzufügen. Die beiden Spalten sind jeweils mit dem Kontakte- und Kontobord verbunden, in dem wir alle Firmen und Personen verwalten können. Unter Stufe können wir dann den Status des Deals angeben sowie seine Priorität hinzufügen. Jedem Deal können wir dann noch einen Wert und eine Abschlusswahrscheinlichkeit zuweisen. Daraus wird dann automatisch der Erwartungswert berechnet. Uns wird auch automatisch der Zeitraum angezeigt, seitdem der Deal bereits verhandelt wird. Zudem können wir ein voraussichtliches und später dann tatsächliches Abschlussdatum festlegen. Auch für den tatsächlichen Abschlusswert und Ort gibt es standardmäßig jeweils ein Feld. Willst du noch weitere Informationen zum Deal hinzufügen, kannst du dafür einfach eine neue Spalte anlegen. Nicht benötigte und nicht verkünfte Spalten kannst du auch einfach löschen oder ausblenden, um das Board übersichtlich zu halten. Dafür klickst du einfach auf die drei Punkte neben dem Spaltennamen. Wenn wir einen Deal erstellen, müssen wir immer auch einen Kontakt und ein Konto mit diesem verknüpfen. Diese finden wir in einem anderen, separaten Board. Jeder Kontakt hat eine Firma und einen Titel. Auch welche Deals mit einem Kontakt bestehen und sich gerade entwickeln, können wir hier sehen. Zudem können wir weitere Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben. Über die Felder Typ und Priorität können wir den Kontakt zusätzlich kategorisieren. Basierend auf den Deals mit einer Person sehen wir in einer Spalte auch noch ihren Wert für unsere Firma. Die Konten, im Grunde Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind sehr ähnlich aufgebaut. In ihrem Board sehen wir den Ansprechpartner, die Deals, den Wert der Deals und weitere Details. Auch hier können wir die Branche und Priorität sowie individuelle Felder definieren. Haben wir nun einen Lead und noch keinen Deal, können wir diese im eigenen Board für alle Leads verwalten. Mit einem Lead können wir ebenfalls einen Kontakt, ein Konto und die in unserem Team verantwortliche Person verknüpfen. In unseren Deal, Kontakte und Lead-Boards können wir oben über die Tabs auch zu anderen Ansichten derselben Daten wechseln sowie eigene Ansichten erstellen. Neben den Standard-Boards können wir auf der linken Seite auch ein eigenes neues Board erstellen. Dabei können wir mit einem leeren Board starten oder auf eine der vielen weiteren Vorlagen zurückgreifen. Es gibt Boardvorlagen für das Kunden-Onboarding, für Kundenprojekte oder auch branchenspezifische Boards für zum Beispiel gemeinnützige Organisationen. Diese Boards sind super praktisch, um auf der einen Seite schnell und einfach loslegen zu können und auf der anderen Seite sind sie eine großartige Inspiration, wie man die Bereiche einer Firma organisieren kann. Abgesehen von den Boards können wir ausgewählte Daten auch einfach in praktischen Dashboards darstellen und in unserem Aktivitätenverlauf alle Änderungen in unserem Workspace nachvollziehen. Der Aktivitätenverlauf ist wiederum selbst ein Board. So können Änderungen von allen Beteiligten schnell und einfach nachvollzogen werden. Für uns wurden auch schon die Dashboards CRM Lerncenter und Vertriebsdashboard generiert, die wir wie alle Dashboards am eindeutigen Symbol vor ihrem Namen erkennen können. Ich kann dir besonders den Vertriebsdashboard empfehlen. In ihm findest du alle wichtigen Werte für den Vertrieb auf einen Blick und kannst beispielsweise dein monatliches Ziel definieren und bequem im Auge behalten. Bei den Dashboards können wir am oberen Rand von einem Ansichtmodus in einen Bearbeiten-Modus wechseln. In diesem können wir jedes Element über die drei Punkte in der rechten oberen Ecke bearbeiten. Fahren wir über die linke obere Ecke eines Elements, erscheinen sechs Punkte. Klicken wir auf diese, können wir das Element per Drag & Drop frei auf dem Dashboard verschieben. Fahren wir über die rechte untere Ecke eines Elements, erscheint ein blauer Punkt, über den wir das Element durchgedrückt halten und ziehen der Maus vergrößern oder verkleinern können. Jedes Dashboard können wir am oberen rechten Rand auch einfach mit dritten teilen und so zum Beispiel einem Kundeneinblick in bestimmte Daten geben. Über die Board-Erstellung können wir natürlich auch ein eigenes, individuelles Dashboard erstellen. Ich rate dir erst, alle Boards einzurichten, bevor du dir Dashboards erstellst. Dann liegen dir bereits alle Daten vor, die du dann aggregiert in den Dashboards anzeigen kannst. Alle Funktionen des CRM-Moduls stehen dir nicht nur in der Web-Anwendung, sondern auch in der Monday-Smartphone- und Tablet-App zur Verfügung. Du kannst dir die Monday-App einfach aus deinem App-Store herunterladen und dich dort mit deinem Monday-Account anmelden. Dazu gibst du deine E-Mail-Adresse ein und erhältst daraufhin eine E-Mail, in der du den Workspace auswählen musst, bei dem du dich anmelden möchtest. Auf dem Homescreen der App sehen wir dann alle unsere Boards aus allen Monday-Modulen. Am oberen Rand können wir aber auch nur einen bestimmten Arbeitsbereich auswählen oder die Boards nach Favoriten oder kürzlich sortieren. Klicken wir ein Board an, können wir auf alle Elemente zugreifen, wie wir es von der Web-App kennen. In der App finden wir auch unseren persönlichen Arbeitsbereich, mit uns zugeordneten Aufgaben und Benachrichtigungen. Unter Mehr können wir auf unseren Posteingang zurückgreifen, unser Profil verwalten, alle unsere Teammitglieder anzeigen und unser Monday durchsuchen. Ganz unten können wir unser Konto wechseln und die Anwendungssprache ändern. In der Web-Anwendung können wir über unser Profilbild am unteren linken Rand unser Monday-Profil verwalten. Hier können wir unsere Kontaktinformationen, unser Profilbild und unseren aktuellen Arbeitsstatus bearbeiten. Diese Informationen sind dann für Teammitglieder in Monday sichtbar. Sind wir Administrator von einem Monday-Team, können wir unter Admin auch die Teamverwaltung öffnen. Hier können wir allgemeine Einstellungen zu unserem Monday-Account machen und unter Mitglieder beispielsweise für jede Person einsehen, ob diese Zugriff auf das Sales-CRM-Modul hat oder nicht, sowie die Berechtigungen anpassen. Unter Rechnungen sehen wir auch, wie viele Mitglieder aktuell auf die Sales-Erweiterung zugreifen und können alle Rechnungen einsehen. Hier können wir das Sales-Modul auch wieder aus unseren Monday entfernen, falls wir es nicht mehr benötigen sollten. So einfach können wir unseren Sales-Prozess mit Monday organisieren. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du ganz einfach kostenlos durchstarten. Wenn du wissen willst, wie das normale Monday-Work-Management funktioniert, findest du auch dazu sowie zu weiteren Monday-Anwendungen Tutorials auf meinem YouTube-Kanal. Falls du noch Fragen oder Feedback haben solltest, kannst du dieses gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.